So meine lieben Freunde, was ist geschehen, wie du jetzt willkommen, da ja nicht immer alle wissen, woher man Infos bekommt, sie findet oder was auch immer, gucken wir uns das heute einfach mal von hier an und wir reden mal ein bisschen darüber, was diese Siege-Machines so drauf haben und können und ab wann die verfügbar sind und und und. Und viele unterstellen mir, ich klaue angeblich von irgendwelchen YouTubern irgendwelche Infos. Jetzt zeige ich das noch einmal, dass ich meine Informationen aus dem Forum selber hole, so wie auch diese X-Bögen hier, diese Bilder, das ist ein Bild, das habe ich einfach kopiert und dann habe ich da die Sachen einfach als PNG ausgeschnitten und dann kann man damit ganz normal arbeiten. Ja, hier hole ich meine Infos her, wenn ich was habe, natürlich gucke ich ab und zu mal einen YouTuber, ich glaube, das ist Izu, Izu, ja, das ist so der einzige, den man als YouTuber, als Clash of Clans YouTuber ertragen kann, ohne Krebs zu bekommen oder Aids und dementsprechend schaue ich auch nur ihn und hier gibt es halt so diese Sachen und jetzt ist Siege-Machines halt dazu gekommen, das wurde vor einer Stunde gepostet. By the way, hier gibt es auch die Clangames, die Clangames werden immer als Info gepostet, konnte ich dieses Mal kein Video zu machen, weil die Clangames waren schon und die haben das irgendwie fünf Stunden später gepostet, wo die Clangames schon raus sind, ja, dann kann ich mir so ein Infovideo sparen, aber sonst, wenn es das gibt, mache ich das halt. Aber wir gucken jetzt nach der, excuse me, nach der Siege-Machine und die ist Comic-Soon, ja, es geht einmal, gibt es hier diesen kleinen Rambock und einmal hier gibt es diese fette Flugmaschine. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass du mit diesem Rambock durch die Wand hauen kannst und mit der Flugmaschine fliegst du einfach über die Base drüber und immer wenn ein Gebäude im Weg ist, wirft die Bomben auf dieses Gebäude. Und das Ding hier gräbt sich halt einfach durch die ganzen Wände durch, also wenn ihr dazu Gameplay sehen wollt, kann ich leider nicht anbieten, da müsstet ihr dann bei Izu mal reingucken, da wird I-T-Z-U geschrieben, ja, kann ich ja auch mal verlinken in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das Video da mal angucken. Wie die gespielt werden, ich kann mit euch nur das Grundlegende durchgehen, dass wir uns das mal angucken zusammen, mehr geht leider nicht, ich bin leider nicht relevant genug, um einen Test-Account zu bekommen, um sowas mal zu zeigen. Naja, ist aber nicht so schlimm, wir machen es halt so, ja, Hauptsache man kriegt hier die Infos, Gameplay wird natürlich kommen, sobald es released ist auf meinem Kanal, weil da lasse ich mir einfach von einem Rathaus 12er dann die Siege-Maschinen spenden, damit wir uns mal angucken, wie das genau funktioniert. Also, was sind Siege-Maschinen, ja, was sind das? Siege-Maschinen introduce the holy new gameplay mechanics to your village, also sind eine neue Mechanik, um jetzt das Gameplay zu verändern, komplett so auf Angriffe und so weiter und so fort. Und smash through walls, bomb defenses, deliver your clan castle reinforcements directly into the heart of your enemy base. Das Geiz ist nämlich, eure Clan-Inhalte sind jetzt nämlich hier drinnen, hier drinnen. Also hier können, so viel wie halt eure Clan-Burg fasst, ist hier drinnen oder hier drinnen, ne, und wenn ihr die jetzt zum Beispiel setzt als Angriff, die fokussen immer direkt das Rathaus, ja. Das heißt, wenn ihr die auf der anderen Seite ansetzt, geht die einfach quer rüber durch bis zum Rathaus. Und das Teil gräbt sich halt einfach komplett durch alle Wände und macht immer drei Wände irgendwie auf einmal kaputt. Und jedes Gebäude, das im Weg steht, wird halt auch mit weggesmasht und es ist halt so ein bisschen tanky. Wenn man das deployed hat, muss man sich vorstellen, fährt wie so ein kleines Auto da durch die Base und knallt alles weg. Und wenn man dann nochmal da drauf drückt, dann geht das Gerät kaputt und alles, was man in der Clan-Burg an Einheiten hat, fällt halt einfach, fällt raus aus der Clan-Burg. Also aus diesem Siege-Gerät. Das nimmt keinen weiteren Platz weg, soweit ich das nämlich gehört habe. Wenn man das gespendet kriegt, als Zehner und Elfer kann man das gespendet kriegen, von einem Zwölfer aber nur, weil man das erst ab zwölf freischalten kann. Und dann ist es nämlich so, dass man, ähm, ähm, lass mich jetzt mal überlegen, wie ich das hier ausdrücken soll. Man hat so ein Extrafach in der Clan-Burg, als Zehner aber erst. Zehner, acht, äh, Zehner, Elfer, ne, Neuner funktioniert das nicht. Also da muss man schon zehn sein, wenn man das haben will. Und dann kann man das gespendet kriegen, da kommen dann die Einheiten rein und die fahren dann mit dem Ding durch die Base. Da gibt es, glaube ich, zwei, drei Level oder so Upgrades, das weiß ich nicht ganz genau. Das wird man noch sehen, ja. Those mobile Clan-Castles are trained in this Siege-Workshop. A new builder available to Townhall 12 players and will carry a protect your Clan-Castle reinforcement into combat. Also, man kann das halt, man kann auch die Maschine setzen und sofort alles freilassen, damit die Riesen sofort rausgehen. Aber ich würde natürlich immer das ausnutzen, wie viel Damage der macht und da geht einiges kaputt. Also das lohnt sich schon mega, mega nice. So, äh, what are machines doing? What are Siege-Machines doing? Siege-Machines will attempt to drive, a drive straight, äh, for the enemy Townhall in order to, this gorge is completely, äh, completely of troops. Each type of Siege-Machine will offer a unique method of transporting and deploying your reinforcements doing your attacks. But more details on this later. Once the machine has reached the Townhall, it will be self-destructed. Release the Clan-Castle troops within. Also das heißt, die Dinger fliegen immer beide nur aufs Clan-Castle zu, ja, und sobald sie da angekommen sind, gehen sie von alleine kaputt. Aber auf dem Weg machen sie halt massive Zerstörung. Und wie genau das funktioniert, äh, erfährt man dann hier auch nochmal. Will only Townhall 12 be able to use Siege-Machines? Also das Ei ist nur Townhall 12, dazu berechte ich, diese Maschinen zu benutzen. Und dann sagt er, no, will the Siege-Workshop can only be built by Townhall 12 Villages? Also nur Townhall, also Rathaus 12er können das bauen. Aber Siege-Machines can be donated to your Clan-Mates of Clan-Castle Level 6 or higher. Use Items as a new and effective strategy during Clan-Wars. Und ich glaube, Clan-Castle 6 kriegt man erst ab 10, ja. Soweit ich das weiß, ist es erst ab 10. What kind of Siege-Machines are they? With the release of Townhall 12, there will be two Siege-Machines available. The Wall Raker and the Battle Blimp. Both reach their objectives in their own way and open new adventures of how you will not only build troop compositions, but also how you can defend against them. Ja, also dieses Rathaus in die Mitte stellen der Base, habe ich jetzt auch gehört von vielen, soll eine sehr dumme Idee werden. Das soll nicht mehr gut sein, weil ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich so gut ist, wenn man das auf die rechte Seite stellt, in die Base, ganz außen. Weil das Problem ist, dann kann man diesen Rambock, der hier unten ist, The Wall Raker, den könnte man jetzt auf die andere Seite stellen, müsst ihr euch vorstellen. Und der fährt ist egal wo, der fährt quer durch die Base, der ignoriert, also der fährt nicht außenrum oder so, der fährt einfach straight auf das, egal wo du das hinsetzt, er fährt straight auf das Rathaus zu, auf das Gegnerische, immer, immer. Er sucht sich einfach keinen anderen Weg, der leichter ist, immer straight von da aus, wo man ihn setzt, rein zum Rathaus. Und The Wall Raker, hier sieht man das auch, Also, ne, die Truppen, die hier drin sind, werden gut protected, er ist gut am tanken, und die einzige Dings, die er hat, Also, er macht den 10-fachen Schaden an Wände, ohne Witz, Leute, damit kann man sich so heftige Tunnel graben in Basen rein, das ist unglaublich krass. 10-fachen Schaden an Wänden, ja, Also, egal in welchem Weg, wenn er da durchfährt, egal in welchem Weg, Jedes Gebäude, das auf ihn zukommt, wird dementsprechend komplett zerstört. Es wird einfach kaputt gemacht. Und an den Wänden 10-facher Schaden ist übertrieben heftig. Ich hab das schon gesehen an 11er Wänden, das Ding smasht die Scheiße einfach nur so weg. Also, richtig krass. Die sind halt irgendwie geil darauf, hab ich gemerkt, Clash of Clans, nicht immer nur 2, also 1-Stern-Angriff zu machen, sondern die wollen, dass die Basen immer auf 3 Sterne zerfickt werden. So kommt mir das irgendwie vor. Und jetzt ist natürlich das Krasseste, wenn wir... ...jemanden bei uns im Clan hätten, was nicht der Fall ist. Wir haben zwar schon 11er, aber die sind noch lange nicht so weit, dass sie 12 gehen können. Wenn wir dann 12er hätten, dann hast du als Rathaus 10er Ultra-Vorteile durch diesen Warreaker. Alleine beim Angreifen, ne? Diese Siege-Maschinen, heftig. Wirklich heftig. Ich verlinke das Video von Izu, da könnt ihr dann auch nochmal reingucken. Dann seht ihr das nochmal als Gameplayer, ja? Weil der hat so einen Account von Supercell, dass er da die Sachen zeigen kann. Ich kann das leider hier nur so machen. Aber ich versuche heute, euch halt, die, die bei mir nur Clash gucken, auch die Infos zu geben, ne? Und ein bisschen zu erklären, wie das ungefähr funktioniert. Castle Troops from Uncoming Sword, bla bla bla, cast the way as a victory, ja? Das ist ja das Gleiche, so. Und das ist Battle Bimp, das ist das Teil. Also der hält weniger aus, aber immer wenn du mit dem über diese Base fliegst, wirft er non-stop. Er wirft non-stop irgendwelche Sachen immer runter. Boom, 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 boom. Das ist ganz cool gemacht. Also mir gefällt das sehr gut, diese Siege-Machines. How do you use a Siege-Machine? So sieht das aus. Ja, hier ist das Bild. Aber wir können uns das auch nochmal angucken, hier. Battle Blimps. Da kann man das sehen. Da geht der kaputt. Genau, da kann man auch nochmal selber drücken. Man könnte ihn auch selber aktivieren. Punch through walls. Wie das Pferd, das Ding. So, seht ihr das? Da hat er die ganze Wall kaputt gemacht. Und dann kommen da die Dinger raus. Get your seat right in Town Hall 12. So sieht's aus. Ja. Und hier sieht man das auch. Hier ist dann so die Troop. Da kann man den, glaube ich, sogar wählen, wenn man zwei hat. Am Anfang hat man ja nur einen Platz. Aber man kann, wenn man zwei hat, zwischen denen sogar im Kampf wählen. Also man kann den oder den benutzen, den Ballon, oder den zum Durchcrashen. Das wird auf jeden Fall gehen. Das wird eine sehr interessante Sache. Ja. Ich hoffe mal, dass wir da noch irgendwie coole Sachen sehen werden. Ich werde vielleicht auch nochmal Supercell anschreiben und mal nachfragen, wie es aussieht mit so einem Account. Und ob man da nicht mal eine Chance kriegen könnte, damit wir mal auch ein bisschen Gameplay sehen. Das wäre halt auch mal dezent cool. Deswegen sage ich erstmal, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann wieder. Wenn, spätestens auch, wenn dann so Gameplays dazu auf meinem Kanal kommen. Wenn das released wird, ja. Und sonst, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinke ich mal. Ihr könnt euch das mal angucken. Bis dahin. Danke fürs Zusehen und Tschüss.